Hallo Leute, mein Name ist Royal Dominic Fennell, bin 31 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart. Habe zuletzt bei der TSG Hoffenheim 2 gespielt, davor jahrelang in der 3. Liga, unter anderem bei VfL Ahlen, Hallescher FC, Lutzburger Kickers und Stuttgarter Kickers. Er segert Mabel Adjani, der Torschütze. In der Saisontrolle ist er wieder an der Kuh, der hat gut gemacht. Einmal hinter der Mannschaft. Rotnagel weit nach vorne drückt jetzt. Ja, die guten Gespräche mit dem Sportdirektor Christian Werner und auch die guten Gespräche mit dem Trainer und dem sportlichen Leiter. Ja, das Gesamtpaket hat einfach gepasst. Ja, das Projekt ist sehr spannend, was sie da vorhaben in den nächsten Jahren. Da möchte ich meinen Teil dazu beitragen und helfen, die Ziele zu erreichen von dem Verein. Ja, am meisten freue ich mich eigentlich auf die Mannschaft. Ja, auch die Kabinen, die Gespräche, die Stimmung, die Luft. Das ist immer etwas ganz Besonderes. Und ja, des Weitere freue ich mich natürlich, wenn es losgeht. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich losgeht, dass wir da zusammen alle auf dem Platz stehen können und ja, unsere Ziele erreichen können und verfolgen. Was ein Sahne-Tor! Bis zum nächsten Mal.